Und damit recht herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Wir machen an der Stelle weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und da muss ich erstmal gucken, was wir dann machen müssen. Halten Sie Zugang, okay. Ach ja, ich erinnere mich. Wir sind ja gestorben. Stimmt ja, wir müssen jetzt ja hier hinter und dann da rein. Leu. Jawohl. Ich erinnere mich. Das Kackvieh von Alien ist ja hinter uns aufgetaucht das letzte Mal. Ich erinnere mich. So. Es ist genau da, wo wir hin müssen. Das kommt bestimmt nur aus der roten Tür raus, oder? Ne, das ist noch im Lüftungsschacht, okay. Wo müssen wir jetzt erstmal hin? Dann die zweite rechts rein, okay. Ja, ne, da will ich jetzt nicht hin. Ach, hier war der fliegende Revolver, ich erinnere mich. Okay, Schrott kann man nicht mitnehmen, das ist schon volls Inventar. Der Empfang ist Sperrgebiet. Ich kann nicht näher herangehen. Das ist der einzige Weg. Ripley, das ist ein Krankenhaus. Evakuierungsverfahren müssen eingeleitet werden. Jawoll. Jetzt das Evakuierungsverfahren, da haben wir schon das letzte Mal dran gehakelt. So ein bisschen. Rechts von uns ist es, ey, auf jeden Fall irgendwo. Jetzt auf jeden Fall wieder eine Karte. Na, ich will noch nie raus. Jetzt kann man von mir aus gehen. Die Karte sammle ich erstmal wieder ein und verstecke mich. Da kann man erstmal ganz kurz auf die Karte gucken. Jawoll. Notaufnahme, da müssen wir durch. Ich dachte, es gab ja, ja, hier ist der Spot, genau. Kann man ein bisschen Sachen packen. Hier kann man auch erstmal gucken. Sprengkapsel ist voll. Okay, kann man irgendwas herstellen schon? Ähm. Medikit. Können wir tatsächlich bauen. Tipptopp. Geräuschemacher können wir auch bauen. Molotow Cocktail, uh, können wir auch bauen. Ja, sehr geil. Rohrbombe geht nie. Medikit geht auch nie. Ansonsten, das können wir noch bauen. Noch eine Rauchgranate. Und ansonsten geht aber nix mehr zu bauen, ne? Ne. Kannst du nochmal gucken, haben wir sonst alles. Revolver, 16 Schuss. Ne, sonst können wir nix bauen. Toll, okay. San Cristobal Krankenstation empfiehlt Siegson Krankenversicherung. Sie sorge fernab, der Heimat. Ah. Leuchtfackeln. Voll. Toll. Die wird ein Jahrhundert an ihrer Hose noch irgendwo einen Platz finden können, wo die eine Leuchtfacke hinpacken kann, oder? Na gut, dann eben nie. So, ist irgendwas zum Suchen, Plündern, irgendwas? Scheint mir nicht so. Genau. Da ist noch eine Kiste. Ah, da oben ist es. In der Öffnung da. Ah, da vorne ist noch ein Terminal, den wir noch nicht drin waren. Da würde ich ganz gerne nochmal hingucken zu dem Terminal. Gehen wir mal kurz hier hinter. Ein bisschen verstecken. Na jetzt. In dieser Anlage sind Synthetenkrankungpfleger tätig. Falls Sie lieber von einem Menschen versorgt werden wollen, melden Sie dies bitte. Morning. Lingard hier. Die Marshalls wollen, dass wir jetzt nach dem Vorfall die Krankenstation absperren. Sie schicken ein Team, um herauszufinden, was die Patientin eingeschleppt hat. Ich habe Ihnen gesagt, dass es schnell war. Aber Sie scheinen überzeugt, dass Sie es einfangen können. Sie haben Netze. Ich werde draußen ein vorübergehendes Krankenzentrum aufbauen. Sie haben vorübergehend das Kommando. Lassen Sie Kuhlmann nicht rein, was er auch sagt. Das letzte was wir brauchen ist, dass er sich im Gegenwart von Marshall Waits medizinisch selbst versorgt. Genau, das hatten wir das letzte Mal ja schon abgehört gehabt. So. Das hätten wir. someday wieder einmal. Jetzt packen wir drei Maissa. Um... Das hat was er. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut Untertitelung des ZDF, 2020 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 okay der ist da dran ich will aber nicht schießen eigentlich ich weiß nicht ob elektroschocks gegen so einen syntheten gut sind hat er mich gesehen bestimmt ja ne leck mich am arsch jetzt ist das alien ist da oben das ist das was ich meine jetzt läuft dort irgendeine scheiße oben raus 2 ist ja noch einer drinnen lecku mir was muss ich jetzt machen okay okay jetzt habe ich jetzt ein doppelping so werden wir ja gespeichert etwas verkehrt eine schusswaffe sehr beruhigend zwecklos tot jawohl jawohl in dieser anlage sind syntheten krassenpfleger tätig falls sie lieber von einem menschen versorgt werden wollen melden sie dies bitte da hab ich gerade what the fuck lädt ihr immer nur eine nach lad doch mal alle nach bist du doof ellen ist da hinten okay so dann gefahr ist nahe ja okay ja okay speichert doch nicht das sieht man und hört man dass es da oben am lüftungsschacht hängt das alien und was muss ich jetzt machen mal gucken ob ich jetzt speichern kann das sieht halt schon geil aus diese riesige raumstation alter schwede vor dem jupiter schön Mistvieh es ist wieder da oben ist die frage ist es halt was muss ich jetzt machen ne jetzt sind wir schon mal hier besuchen ist das rauchen untersagt der weg ist frei ribley beeilen sie sich beeilen sie sich ja du bist gut ey ach alter ja ich bin eigentlich übelst ungern in den tschesten ich glaube ich mache ich mache ja aber du Fickvieh jetzt ist das ein Dimmloch kennt das jetzt eine echte zwei Dings da das hängt echt jetzt an den ort toll das heißt ich muss durch die bodenluke ein der eins auf der 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 ist der Hä? Ach ja. Da oben ist es wieder. Du Mistviewe, fick dich ey. Oh. So, das ist die Karte. Ey, wir müssen hier links lang, das gibt's keinen anderen Weg ey. Also, wir haben ja gespeichert an sich. Ist entweder wir... Einfach rennen. Hat ja schon mal ganz okay geklappt. Jetzt vor, links, links und dann ja okay, dann bin ich wieder weg. Okay. Es ist auf unserer Ebene. Okay. 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 Und dann wird hier ja kommen. Jawoll. Ja, geschafft, ey Alter Kackvieh Kackvieh, echt, einfach nur Kackvieh Wow, was geht jetzt ab, ey Was, entkommen sie, was, wo, wie, hä Leiter Ja Ey, dir muss doch scheiße heiß sein, dir Leiter, ey Aua, Alter, die ganzen Rohre, das muss doch alles so heiß sein Junge, junge, junge Komm, komm Wow, ja gut Ähm Ja, da will ich nicht runter Das Ding ist, hier geht es gar nicht weiter jetzt, ja, klar Und jetzt wartet das Alien hier oben, das wäre jetzt so schöner Move, ey DBS, eigentlich nicht Oh So, Strom haben wir. Wo sind wir denn jetzt gleich, entkommens hier. Jawoll. Oh, geschafft, Errungsschaft freigestellt in der Falle, oh yes ey, yes, endlich, oh, Wurf ist auf der Krankenstätte und bitte sagen wir, dass es das ist, dass es das ist. Bring ich die medizinische Ausrichtung nach Taylor, äh zu Taylor. Revolver Munition. All right. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020